So liebe Zuschauer, jetzt sind wir angekommen. Also die verlorene Tochter ist nach Hause gekommen, liebe Zuschauer. Beatrice Bär ist wieder bei uns bei ESO TV und heute werden wir also eine Doppelberatung machen für Sie, liebe Zuschauer. Ich habe ganz besondere Sachen hier auf dem Tisch. Ich habe auch meine Kerzen hier. Heute machen wir Wunschbestellung. Heute können Sie Ihre Wünsche ins Universum senden. Und hiermit möchte ich meine wunderbare spirituelle Freundin Beatrice begrüßen. Grüß dich, liebe Beatrice. Hallo, mein Schatz. Wie geht es dir, mein Schatz? Gut, super. Und dir? Ich freue mich so sehr, dass du wieder da bist. Du bist ein bisschen aufgeregt. Ja, ich bin super aufgeregt. Ja, du brauchst nicht aufgeregt zu sein. Das ist unser Publikum. Ich weiß, kennt das Publikum. Unser geliebtes Publikum. Schweizer Publikum, super. Ja, schön. Und also endlich bist du da. Also bitte begrüße unsere wunderbare Zuschauer. So, liebe Zuschauer, ihr seht, ich bin jetzt hier bei ESO-TV.